ich glaube nicht dass das erreicht oder natürlich um ein prozent reicht es nicht es du es 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 Okay. Okay. Ich habe heute auch irgendwas darüber gelesen, was beim Schneiden passiert, wenn man etwas zerschneidet, was auf der Atunamo-Nikolan-Ebene passiert. Ich habe gesagt, ich habe mir heute mal durchgelesen, was, wenn man etwas zerschneidet, so ganz normal, was auf der Atunamo-Nikolan-Ebene passiert, weil du gespaltest ja keine Atome, weil es wäre ja ziemlich fatal, wenn man Atomspalten würde. Oh, ich finde es schade. Mein Physiklehrer hat mich nie an den Schrank der Atunamo-Kent-Psyche gelassen. Das Geile ist, aber als wir uns die Schule angeguckt haben, dass wir dann im Physikraum waren, mein Vater und ich, und dann halt den Schrank gesehen haben, ist das, was mein Vater zunächst hat, hat er gesagt, dass mir Kentschmelzen zu bauen. Das Schlimme ist, man hat jetzt wahrscheinlich mit mir wirklich mehr Kentschmelzen oder so, um zu gucken, wie das ist. So, wo brauche ich jetzt am dringendsten, den Müsl rein? Oh Gott, dieser Spruch gerade. Ich gucke mir gerade irgendwelche Strang-Balls den an und da war dann, ähm... Ich wusste, dass er gegen Berlin antritt, bei dem ganz alten Dragon-Doll folgen und er hat da mit einem Satz gesagt, wenn ich irgendwie ziemlich geil finde. Someone so bald, acting so brave. Ich habe noch nie jemanden so klatzköpfiges, so mutig handeln sehen. Okay. Was hat das bitte mit Klatzköpfigkeit zu tun? Ich weiß nicht, vielleicht sind Leute mit Klatzköpfigkeit zu tun, wenn ich gerade so, ähm, selbstbewusst, obwohl ich eigentlich der Gegenteil immer erst bemerkt habe, was manche sind sogar zu selbstbewusst. Es gibt sogar Leute, die so selbstbewusst sind, dass die anderen Leuten ihr Selbstbewusstsein aufzwingen wollen. Hm... Ich sprich letztens einen Atheisten, die deinen V.O.W. Chat gesehen haben, die verdingen, nein, es gibt kein Gott, nein, auf keinen Fall, hee, 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 und alle, die mal in der Religion aufzwingen wollen, sind doof. Und der, und dann habe ich ihm mal gefragt, ähm, findest du wirklich besser, wenn du, wenn die anderen deinen Atheisten aufzwingen willst, als andere, die dir deinen, äh, äh, Glauben aufzwingen wollen? Ähm, außerdem, religiö-, ähm, Atheismus setzt nicht voraus, dass du nicht glaubst, dass Götter nicht existieren. Ja, aber, äh, er glaubt halt nicht an, also er, ich will keine religiöse Diskriminierung auslösen, es war einfach so, er glaubte nicht an Gott und er hat einfach, er wollte die Leute alle aufklären. Und das Aufklären war schon fast ein Aufzwingen, und das hatte ich ziemlich unangebracht. Weil es war das einzige, der einzige Kommentar, den ich dazu gegeben habe. Hm. Ey, wenn alles nach der Bibel gehen würde, wäre es ziemlich scheiße. Weil, überleg dir mal, ähm, an dem Tag, bevor die Menschen geschaffen wurden, wurden die Tiere erschaffen. Das heißt, auch die Dinosaurier und all sowas. Und das heißt, ein, mehrere Millionen Jahre lang, äh, mehrere Milliarden Jahre sogar. Oder? Mehrere Millionen Milliarden. Ja, mehrere Millionen Jahre auf jeden Fall. Und das wäre scheiße, wenn dann ein Tag mehrere Millionen Jahre wäre. Hm, hm. Ja, nee, das ist so krass, aber ich finde, ich finde das, ich finde die Bibel recht spannend. An Anfang mit, alles steht alles, der Mittelteil ist so ein bisschen uninteressant, und am Ende geht alles unter. Ja, ja, und vor allen Dingen töten die sich als gegenseitig. Ja. Zwischendurch wird dann mal nochmal die Menschheit fast ausgerottet. Es gibt Inzucht, es gibt Mord, es gibt Verrat, es gibt Intrigen. Ey, das ist Game of Thrones. Nein, zwischendurch wird auch nochmal die Menschheit fast komplett ausgerottet. Es gibt eine Blut. Ja, das ist fast wie Game of Thrones. Ich meine, aber du hast es halt um Sex, Betrug, Verrat. Ja, aber wenn du es genau nimmst, in Game of Thrones geht es auch um nichts anderes. Ja. Also fast nichts. Ich habe es nicht gesehen, ich kann es nicht beurteilen. Oh Gott, Game of Thrones ist die Bibel. Also genau, für den Religionsunterricht immer Game of Thrones gucken. Ich finde, die sollten die Bibel verfilmen. Komplett. Das wäre ein Film. Das können sie nicht. Die haben schon Probleme mit dem Herr der Ringe geheim. Die haben schon Probleme mit dem Herr der Ringe gemacht. Es gibt ja schon Bibelfilme, das ging nicht viele. Ja. Aber Bibeltrilogie, die von Anfang bis Ende geht, wo dann Ende so die Abtuchgelübse ausgelöst wird. Das wäre auch mal interessant. Ich finde, das soll dann aber zu jeder Religion geben, auch zum Ausgestorbenen. Ich finde es ja geil, der altnordische Glaubensherrung ist ja immer noch nicht ausgestorben. Das sind ja auch Leute, die dann noch leben. Außer, dass sie keine Menschen mehr offen waren. Oder kleine Kinder an den Feiertank irgendeinen vereisten Berg schicken. Den Göttern zu opfern. Auch schon. Ist ja auch. Ich glaube, da hinten ist das fast besser. Manchmal gibt es Dinge, die gut sind, dass man es nicht mehr macht. Da kommt eine Überflückung auf der Erde. Yay. Und immer noch Religionen, die es gegenseitig bekriegen. Yay. Ja. Weckes Thema. Ich finde das ziemlich... Eigentlich bin ich, was Religion angeht, ziemlich neutral. Ja auch, solange mir keiner versucht einzureden, dass eine Religion entweder die an Spare ist oder dass ich in der Hölle landen werde. Und ich hatte immer so eine witzige Diskussion mit irgend so einem Vollidioten wegen so einem Scheißbild, wo du dann einmal siehst, auf der Rechenseite komplett Stau, da führt ein Weg hoch in den Himmel. Und dann auf der linken Seite ist nur ein einziger Typ, der da steht und dann geht es halt runter zur Hölle. Da habe ich gesagt, ja gut. Ich bin in die Hölle, nee. Ich hatte mich gefragt, warum. Ja, ich habe keinen Bock, um den Himmel niederzuknien und von einem Gott, den die das Ding ansehen, außerdem ich hasse warten. Das ist doch bestimmt, das Beste zu verhängen, da. Hm? Ich stehe noch gerne in der Schlange. Das ist nur ein Stereotyp. Ja, außerdem... ...lieber in der Hölle leiden, als im Himmel dienen. Naja. Ich enthalte mich der Stimme. Gut. So, oder was? Was? Bist du's andersrum? Wie? Nee, eigentlich nicht. Ich enthalte mich nur der Stimme. Weil egal, was ich sage, irgendjemanden wird es ansetzen. Ja, aber so viele gucken die Videos auch nicht. Tja, sorry, Kilian, aber... Mir ist das egal, was ich hier mache. Ich spiele hier nur schön von mich hin und ihr labert hier über alles Mögliche. Das kommt immer gut. Ja, gut, halt. Ich sage immer noch, dass Kilian ein paar ist, der bekannt wird und alle seine Videos geschaut. Ja, auch wenn das dann wahrscheinlich 70, 80 Prozent der Leute wie ich sind, die die Videos anmachen, wenn sie pennen wollen, weil Kilian immer mit derselben Stimmlage redet. Und das ist einfach nur ein bisschen spannend, wenn du kennen willst. Ja, das hat doch auch was. Ja. Bei Gronx Minecraft Let's Play war das ja genauso. Das haben sich auch viele zum Einschlafen angesehen. Ja, die habe ich auch nur, die habe ich auch als Hörspiel benutzt. Ja, mir ging es da auch weniger um das, was er da die ganze Zeit gebaut hat. Gut, das habe ich nebenbei so mitverfolgt und alles und war schön und gut, aber insgesamt habe ich mir das Ganze angeschaut, weil er immer so schöne Themen hatte. Also so schöne Gesprächsthemen. Und das, was ihr da macht, das ist genau das Richtige. Macht weiter so. Ey, mit einfach irgendeiner planlosen Scheißelaber. Ja, genau. Das ist genau das, was die Leute sehen wollen. Ey, das stimmt, das machen alle große YouTuber genauso. Das macht Heaps Meets. Macht, ja, das machen alle großen Let's Play, die mit irgendwelchen anderen aufnehmen. Weil die GLP bei den ganzen Papieren ist nichts anderes, bei Zombay. Ich gucke mir die ganzen, ich gucke mir nicht, ich gucke mir nicht jeden Let's Play an. Wie drücke ich mir ab und zu an, wegen, weil die haben echt gute, teilweise echt gute Produktreviews für, ähm, für einige Sachen, wie zum Beispiel, der hat letztens, habe ich mir ein Video zum, ähm, den Xbox One, Xbox One Control angeguckt, zum Teuer oder so, ist der so ein 150-Euro-Controller. Und, ähm, da fand ich die Review echt gut, weil, die war, ähm, sehr neutral. Und, ähm, er hat mich auch informiert, das fand ich gut. Ich gucke mir den halt, ähm, auch wenn wir Let's Plays an, weil die einfach so viel Scheiße labern und sich gegenseitig so fertig machen. Die haben ja jetzt ein neues, ich weiß nicht, ob das Komplex das neu ist, oder ich wurde einfach nur die erste Folge gesehen habe. Aber, ähm, Let's Play Secret Hitler. Äh, da gibt es ein paar mehr Folgen schon. Da gibt es, glaube ich, jetzt vier Folgen, vier schon. Ja, ist noch nicht so alt dann also. Aber, aber, so geil, so geil. Ein paar, äh, vom The Third Conumity LTS, mit denen ich ja zufrieden habe, die spielen das ja momentan auch. Ja? Und, ähm, das Angleiter-Spielen hat halt, ähm, jedem, der wissen wollte, wie es geht, hat halt einfach gesagt, er guckt das Video von Pilsmeet, weil die erklären das am besten von allen YouTubern, die man hier anspielen. Ja, da sieht man es ganz gut, da rein. Hm. Das funktioniert. Ja, und wir müssen es halt durch am besten erklärt, wie das funktioniert. Ja. Neartig. Ah, endlich, endlich eine Zeit, die mir angezeigt wird, von wie lange der noch downloadet. Ja, okay. Wisst ihr, was der mir anzeigt? Zehn Stunden, 25 Minuten. Das ist ja fast gar nix. Was downloadest du? Ich lade ein Patch, oder, ja, den neuesten Patch von Final Fantasy XI runter. 14. Was? Final Fantasy XIV, oder was? Ne, XI. 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 Final Fantasy VII in Episoden rauskommen soll. Also es hat eben ein Meg. Könnte ich kotzen. Sehe ich auch nicht. Es ist Final Fantasy VII. Wenn es rauskommt, will ich mich einen Monat, also meinen gesamten Urlaub, dafür auch zu zocken. Darf ich da mal zusammenfassen? Der Typ hatte jetzt die Möglichkeit, einen Bomber und viele andere Sachen hier runter zu schießen und er entscheidet sich dafür, einen Kopf darunter zu schießen mit seinem Jäger. Okay. Das ist CPU. Ja, also der hatte da zwei Bomber, die er hätte runterschießen können. Einen mit 9 HP und einen mit 10 HP. Nein, er schießt den Kopf darunter. Sehr intelligent. Also gut, meine Kopter sind mir zwar auch irgendwie wertvoll und so, aber definitiv mag ich meine Bomber da lieber. So. Dann heißt jetzt ein Jäger weniger. Ja. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mische mein Yu-Gi-Oh-Deck und guck, was für eine Starthand ich kriege. Das mache ich auch öfter mal. Scheiße, meine Karten liegen zwei Twitter, du würdest das jetzt auch machen. So, Moment. Meine liegen auch nicht gerade in Griffweite. Das hat er noch mal, fünf Karten, ne? Ja, fünf und eine sechste, wenn du halt dann anfängst. Ja. Fünf und weil ich anfange, sechs. Sechs. So. Ich habe ein feierliches Urteil, ein Buch des Mondes, ein Angriff veralteln, ein Grabwächterspion, ein verräterisches Schwerter und eine Feindkontrolle bezogen. Du hast nur eine einzige Monsterkarte auf der Hand. Jep. Aber die ist gut. Wenn ich die verdeckt hinlege und in der nächsten Runde flippe, kann ich noch einen Grabwächter aus meinem Deck holen. Das geht teilweise so. Dann fiege ich die nächste Runde. Oh, einen mystischen Raumfeifen. Der hat gerade keine Flugabwehr dort. Ganz schön, man nimmt was er meist kann. Das Yu-Gi-Oh hat es Asi wie sonst was. Was? Der schwarze Paladin. Schwarze Paladin? Was macht den nochmal? So, aus Wasserklägenkämpfer und schwarzer Magier. Er bekommt jeden Trafen auf dem Friedhof und auf dem Feld von Bayern. Dann fünf und Angriffspunkte. Und er kann Monstern von Zauber- und Fallenkarten annulieren, indem du eine Karte von der Hand abgierfst. Wenn du dann noch sowas wie DNA-Operation hast, wo du alle Monstern auf dem Mast hast, mit der ständig mehr Angriffspunkte. Wenn du dann noch eine spezielle Ausrüstungskarte hast, die ihm zum Beispiel für jedes Finstern des Monster nochmal 500 gibt und dann noch DNA-Operation spielst und alle Monster zu Finstern machst, kriegst du für jedes Monster auf dem Feld 1000 Punkte. Okay. Ich hab das nochmal gemacht. Ich hab schon wieder ein Kraftrechter-Spiel gezogen. Magische Zylinder, Spiegelkraft, der lebendig heimkehrende Krieger, ernste Warnung und eine Wiedergeburt. Ich weiß gar nicht, ob man die Wiedergeburt heutzutage... Das ändert sich doch irgendwie alle zwei Stunden. Das ist immer anders, ne? Das ändert sich doch eh alle zwei Stunden. Mal kann man Wiedergeburt spielen, mal ist sie verboten, mal darf man sie spielen. Ja, als ich gespielt habe, durfte man die noch spielen. Oder durfte man sie kurz wieder spielen. Ich find's ja geil, dass es eine Karte gibt, die von der, ähm, durch Make-A-Wish-Fondation entstanden ist. Dann, ähm, sich die Macher von Yu-Gi-Oh dann, ähm, für ein krebskrankes Kind, eine Yu-Gi-Oh-Karte gemacht haben. Und diese scheiße Yu-Gi-Oh-Karte sieht aus wie Trunks als dreifacher Super Saiyan-Chimp. Was? Äh, diese Yu-Gi-Oh-Karte, die durch Make-A-Wish-Fondation entstanden ist. Weil das halt so ein Wunsch-Kranken-Kind war. Ähm, sieht aus wie Trunks als dreifacher Super Saiyan-Chimp. Weil, dieses Kind hat unglaublich gerne Yu-Gi-Oh gespielt und sein Lieblings-Anime war Dragon Ball. Und sein Lieblings-Charakter war Trunks. Ach so. Und dann für den einmal ist nur eine Schlage der Karte. Und die ist jetzt aber schon... Ne, die ist nicht verboten. Die hat aber auch keinen besonderen Effekt. Ähm, doch, die hatten wir so... Wenn du die spielst, hast du automatisch gewonnen. Hä? Aber da die halt nur... Ja. Die hat, ähm, neun Sterne, glaube ich. Und wenn du die... Ja gut. Zwei Monster-Auffall. Drei. Drei war doch erst ab zehn. Ach schon. Ab neun schon, ja. Ach, ab neun schon. Okay. Ah, das ich mittelange schon nicht mehr gespielt habe. Ja gut. Oh no, it's the black coffee! Aber hey, diese Text-Karte gibt es nur ein einziges Mal. Ja. Und das ist die Dead-Holz-Karte, die es überhaupt gibt. Na ja, Trunks heißt dreifacher Super Saiyajin. Was will man da sonst erwarten? Wie hoch? Wenn die jetzt noch so einen Goku einführen, bin ich glücklich. Oder Fahrdog? Mein Vanguard. Ich hab ja auch vorzeitig Vanguard gespielt. Das war damals so ein neueres Spiel. Ja, ja, ich kenn Vanguard. Und davon hab ich auch einen Deck. Und zwar, was ist das? Ein Royal Paladin Deck. Boah, ich muss mir mal wieder neue Magic-Karten holen. Und unter meinen wertvollsten Karten gehören Flash Shield isoiled. Isoiled. Ja. Die ist wirklich, also, du kannst ja damit den kompletten gegnerischen Schaden legieren. Ui. Wenn du damit blockst. Dann setz sie ein. Ja, mach ich, wenn ich meinen Zug fertig hab. Ich spiel hier Eagle. Achso. Lightning Strike wirkt am besten am Ende vom Zug. Ja. So, jetzt heißt es, so viel Schaden wie möglich machen. In der zweiten Runde entweder zurückziehen oder noch mehr Schaden. Ich muss wieder neue Magic-Karten holen. Ich will wieder ein schwarz-rotes Deck bauen. Ich hab jetzt im Moment nur schwarz-blaue Karten. Schwarz-Rotes willst du spielen? Schwarz-Rot, ja. Das Konterdeck vom Moment so viel. Kumpel von mir da zwei Ausrüstungskarten, also Artefakt-Karten, die würden das verhindern. Das eine gibt dir einmal, ähm, Plus von drei, also Plus drei, Plus null. Hm. Ja, jeder Effekt, der dann dein, dieses Schwert, und dann hat er noch so einen scheiß Mantel, der die Nummer, ähm, Plus null, Plus sechs gibt. Ja. Und dafür sorgt, dass alle Ausrüstungskarten, die auf dem Monster drauf sind, nicht entfernt werden können. Außer wenn es Monster zerstört. Okay. Hier, da, so, weg. Das ist schwer. Das sind nicht zerstört, sondern nur die Ausrüstungskarten auf dem drauf. Das ist scheiß um, man kann sich die Ausrüstungskarten nicht zerstören. Oder wegbekommen. Oh, du willst ein Monster spielen. Gekontert. Oh, ich find's einfach geil. Ich hab mir, ähm, letztes Jahr irgendwann endlich mal wieder Magic-Karten geholt, weil ich ja eh keine mehr hab, der mich dem Kunden überredet hat. Ja. Und ich hab mir einfach irgendein schwarz-weißes, äh, ne, ein schwarz-blaues Deck geholt, weil ich mag die schwarzen Decks sehr, sehr gerne. Ja. Weil du da auch sehr, sehr viel mit Vampirisch und sowas spielst. Lightning Strike. Oh, man. Ja. Er hat dann halt mit einem seiner selbstgebauten, mit einem seiner starken Decks, irgendwie mitgespielt. Ich hab keine Ahnung gehabt, was in meinem Deck drin ist. Wir haben dreimal gespielt, er hat dreimal verloren. Wie viel? Schatz. Wir haben dreimal gespielt, er hat dreimal verloren. Oh, was mir jetzt gerade so auffällt mit diesem, mit diesem Lightning Strike, charge ich jetzt nicht mal seine Super wieder voll. Der hat die gerade aktiviert. Ja. Und, ja, und ich hab's ja. Ich hab nur der Zehn-Yang nicht mehr gespielt gehabt. Und hab mir einfach irgendein random... ...und hab ihn abgezogen. So tierisch raumgedeckt. Oh, zehn Stunden. Hopp, ich lade mich her. Ja. Mir hat er mal... Mir wurde mal für einen... Hey. Hey. Nee, für einen... Du leckst gerade aus mir. Okay. Geht's wieder? Ja. Hm, okay, bei 50 lasse ich das lieber mal. Da hau mal lieber die Arti da weg. Weck ich immer noch? Hm, jetzt geht's wieder. Okay. Ja, dann mal für einen Download mit Patch 3742 Jahre einberechnet. So lange hab ich jetzt leider nicht Zeit. Ich auch nicht. Hab ich geschlossen, nochmal neu gestartet, und dann stand da zwei Stunden. Nur zwei Stunden lass ich mir eingehen. Hab das Kerl die Befürchtung, dass ich das über Nacht laufen lassen muss. Hm? Was? Was? Ups, nix. Ich hab nur die Befürchtung, dass ich das über Nacht laufen lassen muss. Ich hab auch die 42 Gigabyte, die... äh, gilt, wo es zu einer Zeit lang hat er auch innerhalb von Loaded. Das Problem ist, es ist kein normaler Patch Loader. Das ist so ein... ...altbackener Patch Loader. Weil, ähm... ...das Spiel noch auf der 360 gespielt wird. Ja. Also auch Xbox 360. Und, ähm... ...der PC, äh... ...Pliant... ...n bisschen eigen ist. Den haben sie noch nicht verändert. Und das Spiel wurde damals auf der Playstation 2 veröffentlicht. Es ist ja auch so, dass du ohne Windower, also ohne Dritt-Party-Programm, oder in Windows-Gewinn, äh... ...Window-Modus, nicht alt tappen darfst. Wenn du das Spiel in Vollbild hast. Du darfst nicht alt tappticken. Weil das... Dann... ...äh... 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 Ich hab in 14 noch ein Quersitzung, also können wir machen. Die Rache... Die Rachepläne werden hier geschmiedet. Ich fand 14 nicht besser. Die Sitzung, 14 ist so. Scheißen, denen dann 5 Minuten vor die Tür, steigen wieder ins Flugzeug und liegen wieder 8 Stunden zurück. Genau. Und hey... Ein Hinflug nach Japan kostet für 2.000 Euro. Ja, lohnt sich. Dann gehen wir noch ins... Nein, halt. Wir scheißen den vor die Tür. Und dann gehen wir noch ins Pokémon-Panther. Und dann bringt er mal was mit, ne? Oder ich komm mit, dann, äh... Ähm, Leute, das Witzige ist, wir könnten das wahrscheinlich durch Crowdfahnden bewegstelligen. ...äh... ...äh...